Okay Alex, second run for you, let's go! Kam vor wenige Tagen aus Kanada zurück. Fängt ja mit einer schönen Football-Kombination an. Da kann man sehr viele Kombinationen machen. Und das ist der anderthalb Fingerflip 2 Casper. Super solide gelandet. Ohohoho, schöner anderthalb Fingerflip jetzt zu Pogo. Normaler Fingerflip aus dem Stand. Casper wieder aufs Board. Oli hinterher, yeah! Extra Points! One-Wheeler! Auch sehr schön! Schönen langen! Jetzt läuft es bei Alex im zweiten Run. Eine Minute vorbei. Aus Borington in England kommt Alex. Fifty-fifty Styles. Auch ganz solide. Eins, drei, schüttchen Fingerflip. Good run Alex, come on! TTC Flip. Twenty seconds left Alex. Komm Leute, 20 Sekunden noch für Alex. Lass den Jungen noch mal ein bisschen pushen hier. Ah, with one more try Alex. Wollt ihr noch einen von Alex Foster sehen? Wollen wir, oder? Natürlich! Und schöner Reiflip zum Ende! Alex Foster, mit einem sehr cool, solid run. Congratulations on that run! Ciao! K Untertitelung des ZDF, 2020